Wenn es ernst wird, starren alle auf die USA. Das war in Libyen so und das ist in Syrien nicht anders. Nur die USA haben die Betankungsflugzeuge und Flugzeugträger, die Kampfbombe und Drohnen, die nötig wären, um ein von Russland aufgerüstetes Regime wie das syrische zu bezwingen. Doch die USA haben derzeit andere Sorgen als Syrien. Obama will wiedergewählt werden und braucht neben Afghanistan und nach Irak und Libyen keinen weiteren Kriegsschauplatz. Zumal er sich nicht sicher sein kann, dass Israel nicht nur mit einem Militärschlag gegen den Iran droht, sondern ihn womöglich in den kommenden Monaten anzettelt und seinen Bündnispartner USA zur Solidarität zwingt. Der hohe Benzinpreis in den USA ist bereits jetzt Obamas größter Gegner. Ein Krieg gegen die Ölmacht Syrien würde die Preisschraube weiter aktivieren. Deshalb ist jede Hoffnung, der Friedensnobelpreisträger im Weißen Haus werde auf die Massaker des Schlechters Assad genauso entschieden reagieren, wie auf die Massaker Gaddafis völlig unrealistisch. Die Planspiele, die US-Verteidigungsminister Panetta zurzeit im Pentagon in Sachen Syrien veranstalten lässt, dienen nicht der konkreten Vorbereitung von Luftangriffen, sondern sind eine Beruhigungs- und Ablenkungspille für die Weltgemeinschaft. Nach der Devise, wenigstens in Gedanken haben wir Amerikaner einmal alle Optionen durchgespielt. Auch Obamas innenpolitische Gegner, sonst jederzeit gerne bereit, den US-Präsidenten anzuprangern, sind in puncto Syrien auffallend still. Einzig und allein ihr Außenpolitik-Experte John McCain fordert Luftangriffe zum Schutz der Zivilbevölkerung. Aber Senator McCain steht unter den Republikanern da wie ein einsamer Rufer in der Wüste. Das wäre zu den Zeiten eines George W. Bush, eines Dick Cheney und einer Condoleezza Rice zweifellos anders gewesen. Die scherten sich nicht um die Vereinten Nationen und ließen sich nicht irritieren, wenn Russland und China im Weltsicherheitsrat ihr Veto einlegten. Da waren die USA noch der einsam agierende Weltsheriff. Doch Obama bevorzugt zu Recht den internationalen Konsens. Und den gibt es in puncto Syrien nicht. Moskau und Peking würden im Falle amerikanischer Luftangriffe auf Assads Mördertruppen auf die Barrikaden gehen. Ganz davon zu schweigen, dass Assads Luftabwehr deutlich stärker ist, als es die von Gaddafi jemals war. Und ganz davon abgesehen auch, dass sich Assads Truppen nicht in der Wüste bewegen, sondern in dicht besiedeltem, städtischem Terrain. Amerika sind in Syrien die Hände gebunden, solange Russland und China hinter dem Massenmörder Assad stehen. Auch die einzige Weltmacht. Kann sehr ohnmächtig sein.